Herzlich willkommen bei der neuen Themenreihe Physikalische Chemie für Dummies. Heute erkläre ich, wie die Papierchromatographie funktioniert. Zuallererst stellt sich jedoch die Frage, was ist eine Chromatographie? Die Chromatographie ist eine Trennmethode für Stoffgemische. Das werde ich anhand eines Experimentes erklären. Doch zuerst schauen wir uns den Farbkreis nach unten an. Hier kann man wunderbar die drei Grundfarben Blau, Rot und Gelb sehen. Die Sekundärfarben werden aus diesen Grundfarben gemischt. Das ist unsere Grundlage des Experimentes. Die Frage ist, können wir die einzelnen Bestandteile von Farben ermitteln? Zunächst benötigen wir eine Petrischale, Filterpapier und Filzstifte oder Feinliner. In die Mitte des Filterpapiers wird ein Loch geschnitten und ein gerolltes Filterpapier durchgesteckt. Letzteres dient als Wassersäule. Bevor wir mit dem Experiment beginnen, sollten wir selbstverständlich farbige Markierungen auf dem Filterpapier anbringen. Das Filterpapier ist die stationäre Phase. Das vorhandene Laufmittel ist die mobile Phase. Jetzt beginnen wir mit dem ersten Experiment und schauen uns an, ob Blau, Rot und Gelb, also die Grundfarben, wirklich keine Stoffgemische sind. Jetzt können wir super sehen, dass Gelb wirklich nur aus Gelb, Blau wirklich nur aus Blau und Rot wirklich nur aus Rot besteht. Jetzt schauen wir uns mal die Sekundärfarben an. Die Farben Orange, Grün und Violett machen die Sekundärfarben aus. Jetzt kann man wunderbar sehen, dass Grün wirklich aus Blau und Gelb besteht, Orange aus Rot und Gelb, Violett aus Blau und Rot. Aber wieso kann ich überhaupt Sekundärfarben in ihre Bestandteile aufspalten? Da kommen wir zu unserer Eingangsfrage zurück. Was ist Chromatographie? Chromatographie ist ja die Trendmethode für Stoffgemische. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Wir haben Sekundärfarben in ihre Stoffbestandteile aufgespalten. Ein wichtiges Schlagwort hier ist die Polarität. Sie spielt nämlich hier die zentrale Rolle. Wir haben hier als Laufmittel Wasser. Wasser ist sehr polar. Wenn Wasser über das Filterpapier läuft, werden Stoffbestandteile, die polarer sind, somit sich in Wasser gut lösen, weiter getragen. Somit kann man Sekundärfarben in ihre Bestandteile aufspalten, da die einzelnen Bestandteile andere Polaritäten aufweisen. Dies ist natürlich auch mit den Tertiärfarben möglich. Aber wie sieht es denn mit Schwarz aus? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Somit kann man sehen, dass Schwarz nicht gleich Schwarz ist. Schwarz ist nämlich eigentlich bunt. Jeder Hersteller stellt seinen Schwarz anders her. Deshalb habe ich auch hier vier verschiedene Schwarzstifte benutzt. Man kann sehen, dass die Stifte vom gleichen Hersteller, die eigentlich eine andere Eigenschaft aufweisen, die gleiche Farbmischung besitzen. Hier kann man nochmal sehr gut sehen, aus welchen Bestandteilen Schwarz entsteht. Doch die Frage wäre, könnte man vielleicht andersherum Schwarz machen? Am Rand kann man super sehen, dass mehrere Farbbestandteile aufeinander liegen und somit ein schwarzer Rand entsteht. Das bedeutet wiederum, dass Schwarz in Wirklichkeit bunt ist. Das bedeutet wiederum, dass Schwarz in Wirklichkeit bunt ist. Das bedeutet wiederum, dass Schwarz in Wirklichkeit bunt ist.